Geht vor. So! Dann können wir. Alter, was? Man braucht mir den Weg nicht mehr sagen. Nicht so lange warten, sonst wird der Typ knatschig. Man kennt das. Einer geht noch. Hier lang. Ja, ja. Ja. Ich bin dafür zu fett. Dadurch. Wir gehen doch einfach nicht. Du warst noch nie in einem Laufhaus, oder? Nö. Lass dir Zeit. Spätestens ab der nächsten Etage treiben lassen. Der neue VW Passat. Der neue Lukas Celano, Bitch. Wir gehen auf die Rüste. Alter. Wuh! Oh mein Gott! Oh, das ist ja nötig. Zu lang. Oh, geil. Heftig am Arm. Ja, man kann das. Du machst euch so sauber. Wenn man das Ganze taktisch angeht, ist das auch nicht schwer. Hopp. Grüße gehen an dieser Stelle sehr raus an Tom. Mein Lied auf den Kassenbach. Lukas. Piep. 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 So, dann machen wir mal das erste Mal was. Oh, nö. Aber er ist schon dieses ganze Jahr nicht an. Und jetzt kann man auf ihm besoffen lassen. Ich will ihn haben, ich will ihn haben. Bist zu breit, wa? Ja, komm ich! Ich weiß doch, hier standen wir draus und es hat geschüttet, das war der Wahnsinn. Dann noch mal durch und dann noch raus. Ich gehe wieder auf den Arm. Acht ihr! Warum nicht? Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Boah, ich habe jetzt einfach immer diese Erinnerungen mit dem Regen. Zu geil! Aua! Hey, brauchst du neue Flip Flops, Kabelbind, Seitenschneider und los, das Ding! Rutsch schön schnell, Lukas! Ich komme hier runter! Ich will keine Stromschläge! Ich rutsche langsam! Ich will keine verfickten Stromschläge haben! Nein! 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 Eine Strompflege haben. Schaut was mit drin festhalten und Loopings? Was? Schaut was mit drin festhalten und Loopings? Schaut was mit drin festhalten. Aber nicht, wenn ich... Ne, ne, mach mal! Tato! Nachwärts! Das beste Laufhaus, was es immer noch gibt, ist einfach Phantasialand. Ja, Tato! Und rausgeschmissen. Weißt du, wieso? Warum? Warum? Ich bin rausgeschmissen. Warum? Weil... Langsam schwangen wir. Ja. Oh! Ja, was machst du da? Okay, der TÜV ist einfach das Beste. Einer hält zu und einer geht durch. Okay. Ich bin böse. Hahaha. Was bin ich nur für'n Arsch? Ich will nicht. Warte mal. Nein! 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 Wird angepisst! Ja, voll angepisst! Hahaha! Ja, voll angepisst!